moin auf meinen kanal was bremen deutschland die welt und mich bewegt nur der svw ja nachdem die letzte woche überschattet wurde durch den unerwarteten tod von dieter bodensky einen der bekanntesten werder spieler überhaupt geht es nun doch so langsam wieder in den liege alltag über unsere svw wird sich in dieser woche auf das auswärtsspiel gehen in vfl wolfsburg vorbereiten und anlass für meinen real talk ist ein artikel bei der stube der übertitelt ist mit fünf prüfungen bis zur nächsten pause wer will mit neuen schwungen im ligabetrieb und pokal überzeugen denn solche aussagen das muss ich ganz ehrlich sagen liebe werder fans machen mich immer so ein bisschen unruhig kann mich daran daran erinnern dass wer da ähnliche worte gefunden hat vor dem freiburg spiel und wir alle wissen wie das ausgegangen ist insofern bin ich dann immer sehr 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 ja wie formuliere ich das beunruhigt kann man schon fast sagen weil für mein geschmack sollte täte unsere svw gut daran derlei äußerungen nicht mehr zu tätigen sondern einfach wenn das spiel ansteht zu 100 prozent auf dem platz sein und ja wenn wir uns mal anschauen welche spiele unserer svw vor der brust hat dann ist das alles andere als ein leichtes programm bis zur nächsten länderspielpause unter anderem wie schon gesagt der vfl wolfsburg dann im eigenen stadion wolfsburg ist insofern interessantes spiel als wir in der letzten saison gegen wolfsburg nicht so viel gerissen haben und das gilt ja insbesondere für bayern leverkusen da haben wir im eigenen stadion mit 0 zu 3 verloren in der letzten saison und dann auswärts in leverkusen den 0 zu 5 klatsche kassiert oder 15 0 klatsche muss man genauer sagen ja dann ist es erfreulich dass unsere svw in dieser saison in der zweiten runde des pokal wettbewerbs steht da geht es am 30 10 dann nach paderborn hoffe ich inständig dass es unserem svw gelingt auch es den sc paderborn 0 7 zu schlagen und dann geht es weiter gegen zwei ja muss man schon sagen mannschaften da würde wahrscheinlich jeder sagen das sind pflicht siege und ich bin da mal sehr vorsichtig von irgendwelchen pflicht siegen zu sprechen borussia münchen glattbach tut sich bis jetzt schwer in der aktuellen saison da muss werder auswärts ran und dann zu hause gegen holstein kiel die auch schwierigkeiten haben natürlich als aufsteiger sehr damit beschäftigt sind auch punkte zu sammeln nichtsdestotrotz wenn unser svw in wolfsburg verliert dann kann das schlechtenfalls dazu führen dass unser svw auf den 13 platz abrutscht mit acht punkten und dann nur noch mit drei punkten abstand zum abstell zum relegationsplatz also leute die sagen und das tun ja auch die verantwortlichen vom svw wenn ich das richtig in erinnerung habe dass man mit dem saison start zufrieden sein kann dann kann ich dazu sagen ich bin es nicht natürlich kann man mit dem saison start zufrieden sein wenn man sich die letzte saison heran zieht da standen wir nämlich nach sechs spieltagen mit sechs punkten da aber ich finde auf dem hintergrund dass dortmund momentan ja keine spitzenmannschaft ist stehen auf dem zehnten stehen auf dem moment muss man gucken aktuelle tabelle stehen aktuell auf dem siebten platz mit lediglich zwei punkten mehr als unsere svw nehmen wir jetzt mal das bayern spiel raus wobei auch die bayern schon zweimal punkte liegen lassen haben wenn man da jetzt mal ganz ganz wohlwollend ist dann war gegen die bayern nicht so viel zu holen das lag aber nach meinem dafürhalten eben auch daran dass unser svw ein ausgesprochen schwaches spiel auf den rasen gebracht hat dann ja mainz gelingt unserem svw in unterzahl das 2 zu 1 das war natürlich schon sehr erfreulich und auch die aufholjagd gegen hoffenheim ein 3 zu 4 in hoffenheim das war schon aller ehren wert das sind so die werder momente die dann letztendlich wo auch dazu führen dass der ein oder andere sagt der saison start war gelungen allein wir sind auf dem elften platz aktuell und das ist schon das ist schon nicht so komfortabel also da kann halt irgendwie ganz schnell ja die gefühlte situation unseres svw und auch unsere situation als werder fans kann ganz schnell kippen also wenn wir die beiden spiele verlieren gegen gegen leverkusen und wolfsburg dann kann das halt schon ja insofern problematisch werden als man dann halt unten in der tabelle hängt und wer auch immer dann behaupten will dass das sich nicht in irgendeiner form auf die mannschaft unseres svw auswirkt der mag das gerne tun da würde ich überhaupt nicht mitgehen also es ist schon ist schon eine schwierige situation und natürlich wünschen wir uns alle auch ich dass werder aus dem quark kommt insbesondere wenn es darum geht im angriff mehr torgefahr zu erzeugen letzter in der torschuss tabelle ist hier auch auf der deichstube zu lesen gewesen und ja da hat dann ein peter niemeyer von einer verzerrten statistik gesprochen das ist für mich absoluter werder sprech alles irgendwie schön zu reden tatsache ist dass unser svw im einen stadion noch nicht ein tor erzielt halt 0 zu 5 gegen die bayern 0 zu 0 gegen dortmund und 0 zu 1 gegen freiburg das beschäftigt mich dann schon dass die tore andere spieler erzielt haben gott sei dank war das so unter anderem jens day mit einem dreierpack also das beschäftigt mich schon dass also da irgendwie bezüglich der bei unseres angriff so ein bisschen der wurm drin ist marvin duksch hat erhebliche schwierigkeiten zu abschließen zu kommen und ja ansonsten ist ja nur noch romano schmied im sturm und dann abwechselnd entweder kicke top oder auch in marco grill oder zuletzt war sogar mittel weiser im sturm untergebracht und das ist eine eine angelegenheit oder ein thema die oder das mich auch sehr beschäftigt natürlich kann man auf die idee kommen mittel weiser mit seinen fußballerischen qualitäten in den sturm stellen was mich daran beschäftigt und das ist auch ausgelöst worden durch einen weiteren artikel bei der stube zum thema muss ich mal in gucken genau hier ist es zum thema isaq orden der war am 14 bei der stube erschienen oder ist heute aktualisiert worden talent auf umwegen isa kanzler und tut sich bei wer da schwer und spielt bald in der u23 fragezeichen als ehrlich liebe werder fans so richtig überrascht bin ich nicht dass man scheinbar beim svw darüber nachdenkt isaq orden in die u23 zu schicken er spielt halt eben tatsächlich keine rolle weil er einfach nicht spielt und das war für mich der anlass mir halt auch noch mal zusätzlich gedanken zu machen über die sturmsituation also ganz offensichtlich ist bezogen auf das mittelfeld das in ole werner offensive mittelfeld spieler nicht einsetzt und er will ja sogar ein skelli alvaro zu einem sechser machen anstatt ihn auf der acht einzusetzen und im sturm haben wir das problem wenn halt mittel weiser spielt und romano schmied und ein marvin duksch gesetzt ist da sind sämtliche startelf plätze im sturm blockiert das heißt es gibt dann kein startelf platz für marco gröhl für keke top und auch nicht für oliver bürg der ja noch im kader ist und wenn justin jinma zurückkehrt damit spannend was dann ein ole werner macht und ja für die spieler marco gröhl keke top oliver bürg bedeutet dass sie eben keine spielzeit bekommen und dann können sie sich meines erachtens genauso wenig weiterentwickeln wie ein isaac orden und ja da geht es auch wieder bei isaac orden um die körperlichkeit da geht es darum dass er halt irgendwie bälle verliert also diese diese also diese unterschiedliche bewertung von spielern macht mir auch richtig zu schaffen als werder fan es gibt es gibt eigentlich keinen spieler der nicht in der laufenden saison schon fehlpässe verursacht gespielt hat die zu umschaltmomenten für unsere gegner gesorgt haben es gibt auch kein spiel der nicht schon mal einen ball verloren hat das ist für mich überhaupt kein argument da müsste man im prinzip die komplette truppe irgendwie draußen lassen müsste sich dann irgendwo eine andere start elf ausleihen es ist für mich alles ein bisschen fadenscheinig so und also mein eindruck ist man hat in isaac orden verpflichtet wenn man ihn verpflichten konnte weil er interesse daran hatte sich zu verändern nächsten schritt zu machen und ich kann mich auch daran erinnern dass er als er verpflichtet wurde geäußert hat er möchte gerne fußball bieten der spaß macht und mein eindruck ist und das deckt sich auch so ein bisschen mit dem foto das passt irgendwie ganz gut zusammen dass der junge mann bei unserem svw schon lange kein spaß mehr hat schreibt mir dazu hat schreibt mir dazu gerne in die kommentare wie ihr das seht also man sich ein skelli albo anschaut deren schatten seiner selbst ist der in position gezwungen wird die er zwar spielen muss und auch spielen will wenn man ihm das sagt ja aber der will auf der acht spielen der will offensive fußball machen gestalten genauso in isaac orden und ja durch die entscheidung die oli werner getroffen hat bezogen auf den kader sehe ich da wenig land wieder für den isaac order noch für den skelli alvaro zu über latini hat das glück dass uli werner zu seinem eigenen glück gezwungen wird das ist ein zitat aus einem kommentar den ich heute morgen gelesen habe uli werner wird gezwungen durch verletzungen und sperren bestimmte spiele dann doch einzusetzen und julio martini gehört also eindeutig dazu er konnte sich jetzt in der startelf bewähren und es würde mich nicht wundern wenn eigentlich stark dann wieder fit ist dass dann julio martini wieder auf der bank sitzt das alles so dinge die mich beschäftigen auch auf dem hintergrund dass werder ja immer betont sie wollen hat talente ausbilden und jetzt denkt man ernsthaft darüber nach einen spieler der in die erste bundesliga mannschaft verpflichtet wurde weil man ihn für einen guten fußballer hält die wenn man jetzt in die u23 stecken nachdem er aus der u21 von manchester gekommen ist das sind alles dinge so verstehe ich die welt nicht mehr das ist für mich keine talent förderung das ist für mich nicht zukunftsweisend auf dem hintergrund dass man ja mit den talenten dann auch irgendwann die ein oder andere million einnehmen will kann man nicht vorstellen dass es funktioniert zwischendurch war noch zu lesen dass omano schmid markt wert auf 13 millionen geklettert ist während der von navigator was für ein wunder von zwei millionen auf eine million gerutscht ist und da habe ich auch schon gelesen dass man in der winterpause oder wieder versuchen will ihn zu verkaufen also navigator als so die kaderplanung ist für mich unter aller kanone also entweder die kaderplanung stimmt und dann gelingt es ohne werner nicht die neu verpflichtung halt in die mannschaft zu integrieren und weiterzuentwickeln stichwort isaac orden oder die planung ist des kaders ist halt für die tonne so dann müssen sich halt klemes fritz und peter niemeyer kritik gefallen lassen dass sie komplett an den bedarfen die sich zum einen aufgrund der bundesliga und der konkurrenz ergeben und zum anderen aufgrund dessen was halt ohne werner sich wünscht also wie man es dreht und wendet ich kann nicht behaupten dass ich zufrieden bin natürlich bin ich erstmal beruhigt dass unser svw nicht jetzt schon unten drinnen hängt und ich hoffe das wird auch nicht passieren allein die gefahr ist durchaus vorhanden und ja also der umgang mit den spielern die ich gerade schon benannt habe ist für mich nicht so wie ich mir das wünscht wünschen würde als werder fan schreibt mir dazu auch gerne in die kommentare wie ihr die gesamtsituation aktuell beurteilt also werder hat jetzt vier spiele in der bundesliga vor sich und nach diskussion auf meinem disco server müssen wir erwarten dass werder in diesen vier spielen mindestens sechs punkte holt das sollte eigentlich kein thema sein ich glaube aber oder ich befürchte dass werder dazu wieder spiele braucht was eindeutig beim spiel gegen sc freiburg nicht vorhanden war ja das ist das was mich so momentan umtreibt auf der andere seite bin ich froh dass es kein test spiel gegeben hat dadurch war ich nicht geht es mir das anzuschauen das war in den letzten wochen und monaten alles andere als sehr quickly warum werder darauf verzichtet hat wurde auch irgendwie in einem artikel besprochen den habe ich jetzt mir nicht durchgelesen weil ich war einfach nur froh dass es kein test spiel gibt und ja soweit für den moment eine vorschau auf das wolfsburg spiel wird kommen spätestens dann wenn die pressekonferenz gelaufen ist bis dahin macht's gut und tschüss